Seitenhieb gegen Florian Silbereisen? Schlagerstar Patrick Lindner hat seine Schoß nicht nötig. Bei den großen Schlagerschoße von Florian Silbereisen ist Patrick Lindner nicht dabei. Warum ist das so? Dazu hat er sich jetzt in einem Interview geäußert. Ich habe es nicht nötig, bei Florian Silbereisen anzuklopfen. Ich muss mich an niemanden heranmachen. In einem Interview mit dem Online-Musikportal Schlager.de hat Patrick Lindner über Florian Silbereisen und seine feste Schoß gesprochen. Dabei hat er zum Teil einen scharfen Ton angeschnitten. Was hinter Lindners Aussagen steckt, lesen Sie hier. Patrick Lindner und Florian Silbereisen, was ist passiert? Patrick Lindner, 63, feiert gerade sein 35. Bühnennubiläum und hat eine neue Doppel-CD veröffentlicht. Der Titel, All deine Farben. Doch in den großen TV-Shows von Florian Silbereisen war Patrick Lindner noch nicht. Wieso? Dazu hat er sich jetzt in einem Interview mit Schlager.de geäußert. Ich kann auch ohne, Patrick Lindner über die Schlagerschoße von Florian Silbereisen. Ich gehöre nicht zu dieser Schlagerblase, erklärte Patrick Lindner gegenüber Schlager.de. Wenn ich nicht zu Florian Silbereisen eingeladen werde, dann ist das eben so. Ich kann auch ohne. Ich bin erfolgreich. Ich habe es nicht nötig, bei Florian Silbereisen anzuklopfen. Ich muss mich an niemanden heranmachen. Laut Schlager.de ist Lindner mit seiner Kritik an Silbereisens Monopolstellung als Showpräsentator nicht allein. Auch Hendrik Heincher Simon, Vanessa May und Peter Kraus hätten sich schon kritisch darüber geäußert. Linda weiter, es sind tatsächlich doch immer dieselben, die man in diesen Shows sieht. So kann sich das Genre nicht weiterentwickeln. Zum Glück habe ich damit nichts zu tun. Man müsste sich vorher zusammensetzen, unter welchen Bedingungen Patrick Lindner bei Silbereisen auftreten würde. So hart Patrick Lindners Worte klingen mögen. Am Ende des Interviews mit Schlager.de schlug er auch einen versöhnlichen Ton an und bekannte. Allerdings würde ich natürlich auch nicht Nein sagen, wenn ich eine Einladung zu Florian Silbereisen bekäme. Schließlich erreicht man da Millionen zusätzlich. Allerdings, erklärt Lindner weiter, müsste man sich vorher zusammensetzen, um zu sehen, wie das über die Bühne gehen sollte. Ich mache heute sicher nicht mehr jeden Unsinn mit. Übrigens, Udo Jürgens, Roland Kaiser und Freddy Quinn gehören zu den 15 erfolgreichsten Schlager-Stars aller Zeiten. Ähm. Ähm. Vielen Dank.